Um eine Wintermütze von Max Wenzel Eine Historie aus dem alten Eibenstock Die Kleiderordnung vom 21. Februar 1750 mag wohl eine recht nötige behördliche Maßnahme gewesen sein, denn die holde Weiblichkeit im schönen Sachsen bemühte sich allzu augenscheinlich, die Pracht ihrer Kleider mit den Reizen ihrer Person in Einklang zu bringen. Die Schärfe des Gesetzes ließ den Widerstand umso heller emporlohen. Was nützte es auch, dass die Geistlichkeit von den Kanzeln zu alter Einfachheit und Genügsamkeit vermahnte, die Freude an Samt und Seide und schönem Pelzwerk war zu groß und verbotene Früchte schmeckten schon damals süß. In vielen Städten nahm man die Kleiderordnung überhaupt nicht für ernst und die Behörden hüteten sich meist, es mit der Damenwelt völlig zu verderben. Nur zu Eibenstock saß ein Stadtrichter, für den Gesetze nicht dazu da waren, dass man sie umging. Sein strenges Verhalten gründete sich aber nicht ausschließlich auf sein Recht und Pflichtgefühl, wie aus der folgenden Geschichte unschwer zu ersehen ist. In dem schönen Bergstädtchen lebte im Jahr 1786 der Stadtpfeifer Maischner, ein kunstbegabter Mann. Der freute sich herzlich über Gott und Mitmenschen, am meisten aber über seine blühende Tochter, eine statiöse Person, die nicht vonnöten gehabt, durch unziemlichen Prunk ihre Ansehnlichkeit zu erhöhen. Trotzdem schmückte sie sich mit einem Kleidungsstücke, das die Ursache eines langen, erbitterten Rechtsstreites werden sollte, mit einer pelzbesetzten Wintermütze, die zu ihrem gesunden, reizenden Gesicht trefflich stand. Als sie damit in die Kirche ging, ruhte gar manches Auge mit Wohlgefallen auf ihr, unter anderem sah der damalige Stadtrichter Stölzel mit sichtlichem Behagen auf die Schmucke Maid. Er hatte aber nicht daran gedacht, dass seine getreue Ehe-Liebste neben ihm saß, der jedenfalls so wohlgefällige Blicke nicht häufig zuteil wurden. Noch dazu trug die Stadtpfeifers Tochter, Damen aus Bürgerkreisen liebten schon damals die weiblichen Angehörigen der Kunst nicht allzu sehr, vor allem, wenn sie hübsch und fesch waren, eine Mütze, die in der Form einige Ähnlichkeit mit der Kopfbedeckung der Frau Stadtrichter aufwies. Das alles wirkte zusammen, um dem Herrn Stadtrichter das Mittagessen und den ganzen angenehmen Sonntag zu verübeln. Am Montagfrüh war er soweit, eine Genugtuung für seine beleidigte Gattin für nötig und nützlich zu halten, und er sandte kurzerhand einen Befehl an den Stadtpfeifer seiner Tochter, »die fernere Tragung der Mütze bei sonst zu gewarten habender öffentlicher Wegnahme nicht mehr zu verstatten.« Musiker der damaligen Zeit besaßen Vaterstolz, siehe auch den durch Friedrich Schiller berühmt gewordenen Musikus Miller. Meischner fiel es nicht ein, der Frau Stadtrichterin zu einer Genugtuung zu verhelfen. Er wandte sich an das Kreisamt Schwarzenberg mit der Bitte um Belehrung und Erlaubnis, dass seine Tochter die Mütze fernerhin tragen dürfe. Die Mütze fügte er zur Einsicht bei. Der Amtmann von Schwarzenberg besah die Mütze, befand sie von keiner Beträchtlichkeit und weder mit Zobel, schwarzen Fuchsien und sonstigen kostbaren Sorten von Rauchwerk, deren die Kleiderordnung gedenkt, besetzt. Er trug daher kein Bedenken, der Meischnerin die Erlaubnis, sich damit zu schmücken, zu erteilen. Zu dem Stadtrichter Stölzel sandte er einen Aktuar, der zufällig in Eibenstock Geschäfte hatte, mit dem Auftrage ihm die Auffassung der vorgesetzten Behörde über diesen Fall mitzuteilen. Die Ruhe der guten Stadt Eibenstock war nun gestört. Es bildeten sich sofort zwei Parteien, hierfür, hiergegen die Pelzmütze. Auf der Seite des Stadtrichters standen alle alten und hässlichen Frauen, sowie alle Ehemänner, welche dergleichen besaßen und unter ihrem Befehle standen. Und der Chronist vermeldet mit Betrübnis, dass ihrer im Stadtparlament die Mehrheit war. Für die Pelzmütze trat im Rate bloß der einzige Vizestadtrichter Michel auf, ein Biedermann, der wahrscheinlich nicht verheiratet war. Um seine bedrohte Autorität zu stärken, trotzte der Stadtrat der Entscheidung des Kreisamtes und ließ dem Meischner mitteilen, das Verbot bleibe bestehen. Der gekränkte Vater ging wieder ans Kreisamt. Dieses war nicht geneigt, die Missachtung seiner Anordnungen durch eine unterstellte Amtsstelle mit Ruhe anzusehen. Es verfügte an den Rat zu Eibenstock, dass demselben bei Fünftaler Strafe alles weitere ungebührliche Verfahren wieder die Meischnerin untersagt und ihm die Bezahlung der entstandenen Kosten auferlegt ward. Auch diese verschärfte Maßnahme blieb noch ohne Wirkung. Der Eibenstöcker Stadtbehörde war es Ehrensache, auf ihrem Standpunkte zu bestehen, die Mütze dürfe nicht der Meischnerin Tochter zur Erhöhung ihrer Lieblichkeit verbleiben und gab solches dem Kreisamte in einem Schreiben zu erkennen. Die ganze Angelegenheit trieb einer Katastrophe zu und diese kam bald. Der Stadtrichter Stölzel und Übrigeratsassessors, den einzigen Vizestadtrichter Michel ausgenommen waren, wie der Bericht des Kreisamtes vom 24. April 1786 besagt, zu sehr von ihren Leidenschaften verblendet, als dass sie an Pflicht und Gehorsam hätten denken sollen. Sie opferten solche ihrer Animosität auf und ließen der Meischnerin Tochter sonntags den 19. Februar nach der Kirche vor der ganzen Kirchfahrt auf öffentlicher Straße die Mütze durch den Ratsdiener öffentlich ab- und vom Haupte nehmen. Die Exekution soll nach Versicherung des Stadtrates mit großer Behutsamkeit vorgenommen worden sein. Dies scheint glaubhaft, wenigstens was die zarte Behandlung der Mütze anbetrifft, die der Amtsdiener vielleicht als enteignetes Gut später einmal sich vindizieren zu können hoffte. Trotzdem war die Erbitterung der Eigentümerin der Mütze und der gesamten Pelzmützenpartei groß. Man war vor allen Dingen bestrebt, der Frau Stadtrichterin, die man nicht mit Unrecht als die Anstifterin der Fede vermutete, einen Possen zu spielen. Kaum war die Pelzmütze auf dem Rathause wohl verwahrt worden, so erschien die Meischnerin bereits in einer neuen Mütze, die nach Schilderung von Augenzeugen ein wahres Prachtstück und noch mehr als die Verflossene geeignet war, den Neid der Frau Stadtrichterin zu erregen. Die Hauptgegner dieser Dame, der Bergmeister Gläser und der Zehntner Böhmer, hatten unter erheblichen Kosten für Ersatz gesorgt und die schönste Mütze gekauft, die weit und breit aufzutreiben war. Die Stadtpfeifers Tochter sah in diesem Schmuckstück reizender aus als je zuvor, wie denn das alte erzgebirgische Sprichwort »Enschin, Karl, glätt alles«, seine Wahrheit auch hier bewiesen haben mag. Als die Meischnerin zum ersten Male in der neuen Mütze im Gotteshause erschien, war zufällig kein Mitglied des Rates anwesend, sie erreichte daher auch unangefochten ihre Behausung wieder. Zwar versicherte der Stadtrat, er würde, wenn er zeitig genug Wissenschaft davon erhalten hätte, auch diese geschenkte Mütze haben wegnehmen lassen, es scheint ihm aber weiterhin an Gelegenheit dazu gefehlt zu haben. Die Pelzmützenangelegenheit gelangte schließlich bis an die Landesregierung, der auch das Corpus Delicti zur Begutachtung vorlag. Die höchste Behörde entschied, dass der Eibenstöcker Stadtrat im Unrecht und die Mütze der Meischnerin wieder auszuhändigen sei. Die Geldstrafe wurde dem Rate zwar erlassen, ihm aber die nicht unerheblichen Kosten auferlegt. Dabei blieb es, auch als Meischner sich dabei nicht beruhigte und die Bestrafung der Ratsmitglieder und des Ratsdieners verlangte. Stolz trug die schöne Stadt Pfeifers Tochter ihre wiedereroberte Mütze und verfehlte nicht, bei jedem Kirchgange am Hause des Herrn oder vielmehr der Frau Stadtrichter vorbeizuwandeln. Eine lebendige Illustration des Wortes, das Recht zu allen Zeiten Recht bleibt. Und wenn es in Bezug auf eine Wintermütze ist.